moin na start mir wir machen mal wieder ein bisschen minecraft ich habe beim letzten mal ja gesagt dass ich hier so ein bisschen das zeug hier alles nach unten räumen werde habe ich jetzt auch gemacht wie man sieht wir haben jetzt hier quasi alle saplings die es gibt also alle ressourcen saplings die es gibt jeweils in einem hopping bonsai port über einem filing cabinet das filing cabinet nimmt saplings acorn und resin auf und es geht dann hier über den packager der packt hat dann zusammen so und in dem fall hier bei der kohle die kohle wird dann auch noch abgezweigt in den combustion generator jetzt aber voll ist dann habe ich ein bisschen mit speed motor feiern abgegradet und das ding gibt den packaging in strom das ist jetzt aktuell meine meine stromversorgung gibt ein problem bei der geschichte manche sachen brauchen halt brauchen halt nur die acorns das resin sammle ich hier auch mit aber das wird halt im packager nicht gebraucht aber wie gesagt es gibt hier manchmal ein paar problemchen zum beispiel hier kommt kein resin mehr rein weil das ding voller acorns ist und ich weiß auch nicht zieht er jetzt hier acorns nach ne er zieht ja wenn sowas ist dann muss man hier ab und zu mal ab und zu mal ein acorn rausnehmen ich bin der meinung ich habe das alles so sortiert dass erst der resin kommt und dann die acorns hier lasse ich auch nur acorns rausziehen weil mehr brauche ich halt nicht für lapis erst resin dann acorn da kommen nur acorns da auch da kommt gar nix ja ich habe hier überall erst ein resin dann die acorns einfach weil man kriegt halt mehr acorns als resin durchschnittlich und ist halt doof ne so hier kann ich genauso gut die zwar schon mal rausziehen ja und aufgrund dessen habe ich mir gesagt okay komm machen wir dazu die beim slime habe ich gar nichts weiter drin weil da habe ich halt die slime balls direkt so und auch slime blocks und bei mineral genau das gleiche da brauche ich halt sonst nischt weiter okay ich meine ich könnte das hier natürlich noch rausziehen und dann auch in barrels packen werde ich vielleicht auch machen ich glaube das ist gar keine so schlechte idee oder hier das bacon zeug habe ich gar nicht weiter gemacht weil ne braucht man nicht wirklich braucht man nicht wirklich aber ich finde eigentlich die idee mit den barrels zumindest um schnell an slam balls und slam blocks zu kommen ups gar nicht mal schlecht so habe ich denn hier irgendwo noch barrels ach das ist so ein zeug okay sieht mir gerade nicht so aus okay hier haben wir noch barrel mit sandleaves meinetwegen das machen wir dann mal kurz leer und dann können wir das auch nutzen sehr schön und ansonsten brauchen wir hier einen natürlich cogen und zwei von denen so dankeschön 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 dann können wir hier wieder runter eins und zwei so habe ich denn noch ich habe noch pipes das war es aber auch na gut es soll mir egal sein du kommst weg du kommst weg du kommst weg dann kommst du noch da mit ran dann kommst du noch da mit ran ok ähm was ich aber machen werde äh nicht dich ich werde mir hier einmal slam balls und einmal slam blocks rausnehmen damit ich hier na komm geht zu damit ich im vorfeld selber festlegen kann was wo reinkommt so so ok und dann zieh das zeug mal da raus sehr schön so dann haben wir das hier auch alles in barrels finde ich schöner wunderbar 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 ok ähm dann was ich heute machen wollte äh ist meine mob farm ein wenig äh verändern denn grundsätzlich ist sie zwar schön und gut aber es gibt ein bisschen was was wir da nicht kriegen können zum beispiel enderperlen und äh ich brauche enderperlen von daher ja ja ähm äh oh wait ich meine ich könnte natürlich über deep mob learning gehen ne koch hm 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 ähm für endermen seeds brauchen wir endermen chunks und die und dafür brauche ich enderperlen hm Hmm, Extraterrestrial Matter, äh, kriegen wir daraus, genau, äh, Polymer Clay, ist ziemlich easy zu kriegen, das ist gut, ähm, Okay, okay, mh, Zombies, Scarton, Creeper, Spider, okay, was wir nämlich auch machen können, ähm, ist einfach eine Menge Overvolting Matter herstellen, und das dann nutzen, stattdessen, finde ich jetzt gar nicht mal so, äh, so verkehrt, so, dafür brauchen wir ein Data, äh, ein Data Model, So, was brauchen wir denn dafür, Stone, Soot Covered Redstone, okay, das ist, äh, kein Problem, Lapis, ein Repeater, ja, alles kein Ding, alles kein wirkliches Problem, also, das brauchen wir, äh, Redstone brauchen wir, Hier, hab ich nur eine Blockform, na gut, meinetwegen, äh, erst mal hier, äh, tschüss, 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 äh, den Bacon behalten wir mal, kann man noch gebrauchen, okay, So, wir haben, äh, Redstone, äh, Brauch einen Kohleblock, Das ist aber auch kein Problem, äh, Für einen Repeater müsste ich alles da haben, Hab ich hier noch Stone, Du hast Clay, äh, ich seh grad keinen Stone, Nee, Stone seh ich grad nicht, ich seh nur den Cobblestone, den ich selber im Inventar hab, Haben wir Chiseled Stone, keine Ahnung, ob der auch funktioniert müsste eigentlich, Okay, äh, so, was wollte ich, äh, Hier ein Blank-Gedöns, Hm, Keine Ahnung, ob der gechiseled funktionieren wird, wir werden es sehen, Wir werden es sehen, Äh, für den brauchen wir auch Stone, äh, genau, Hab ich Sticks? Nö, warum soll ich auch Sticks haben? So, Oh, Vergessen, Du, 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 Äh, Wait, Jetzt gerade, Chiseled Stone, Und, Au, Das ist nur mit, Okay, Okay, Anscheinend, macht er das tatsächlich nicht, Äh, Mit, Gechiseledem Stone, Wenn da nur Stone steht, Hm, Okay, Wo ist mein Chisel? Da ist mein Chisel, So, Dann wollen wir doch mal, Hier wieder, Richtigen Stone draus machen, Meinetwegen, Ist mir auch egal, Ha, So, Wir brauchen, Ah, Moment, Moment, ich brauche noch einen Kohleblock, Ich brauche noch einen Kohleblock, 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 So, So, Da kommt es erstmal raus, So, Sehr schön, Und, Dann hoffe ich, Dass wir, Äh, Relativ bald auch, Uns an, Ähm, An etwas angenehmere, Storage Methoden, Setzen können, So, Applied Energistics, Wäre jetzt meine erste Idee, Wäre ganz nice, Wäre ganz nice, Wenn wir das tun könnten, So, Block of Coal, So, Sooty Redstone, Sooty covered Redstone, Meine ich natürlich, So, Da der Repeater, Die zwei, Und was fehlt noch? Gold, Gold, Ein Goldingate, Okay, Meinetwegen, So, Und, Äh, Was für ein Data Model nehmen wir? Ähm, Das ist nämlich tatsächlich auch, äh, Nicht unwichtig, sag ich mal, Äh, Hm, Hm, Gut, ich wollte die Mobfarm eh vergrößern, Nehmen wir tatsächlich erstmal einen Zombie, Nehmen wir erstmal einen, Zombie, So, Okay, Dann, was wir jetzt machen müssen, Während wir das Zombie Model, äh, Tragen, Müssen wir sechs Zombies killen, Denn, Das, äh, Das Model, das wir aktuell haben, Ist fehlerhaft, Und, äh, Wir, ich sag mal, reparieren das, Indem wir die Mobs besiegen, Zu denen, Das Model ihm gehört, Eigentlich, Ähm, Aber, Wir haben jetzt für den Zombie nichts gekriegt, Ha, Ha, Das wundert mich jetzt gerade ein klein wenig, Das wundert mich jetzt ein ganz klein wenig, Aber gut, Ich kann den nächsten Zombie auch mal direkt mit dem Ding zerhauen, aber, Shit, Das, äh, War so definitiv nicht geplant, Aber, hey, Dann kann ich die jetzt sowieso größer machen, Ha, Meine, äh, Meinetwegen, Okay, Zerhauen wir das hier alles mal kurz, La, Die da, Macht sowas nicht Spaß, Ja, sowas macht nicht Spaß, ähm, Na ja, Wollen wir hier eigentlich alle Wände kaputt, Egal, Egal, Jetzt bin ich gerade dabei, Jetzt machen wir das fertig, So, Okay, Also, Erstmal, Und das hier wieder, Äh, Ne, Du warst auch nur ein halber, Äh, Ich bleib hier auch mal bei den Half Slabs, Äh, Würde ich sagen, Bei den Schlabos, Und hier lang vergrößern wir das jetzt immer ein bisschen, So, Da solltest du nicht hin, Eine Güte, ey, So, So, Döp, 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 Äh, Sag mal, das ist jetzt so erstmal okay, Und hier noch den, Weg außen rum mitbauen, so, und, ja, komm, die können wir auch schon mal mit dran setzen. Wunderschön, wonderful, 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 äh, Holz wäre jetzt eine Idee und davon haben wir mehr als genug. Von daher, zack. Ich sollte wahrscheinlich hier ein bisschen Zeug, was ich gerade nicht brauche, ablegen, denn ansonsten wird das ein bisschen doof. So zum viele Slaps brauche, aber hey, über zu viel als zu wenig. Das ist nur, damit es einigermaßen so gut aussieht. So gut wie so ein großer Holzkasten halt aussehen kann. So, ups. Du solltest da auch nicht hin, aber, äh, das regeln wir gleich noch. Du solltest da auch nicht hin. So, schön. So, schön. So, schön.